jo was geht ab leute willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar das neue signing von von ufo 361 sollte ein album rausbringen das ganze wird auch kommen aber das problem ist das album wurde geleakt zumindest teilweise wie gesagt wir haben einige tracks ja mittlerweile schon gehört der ein oder andere hat schon gehört da kommt man halt nicht bei rum man ist auch neugierig im endeffekt kann man das niemand verübeln ja was das schlimme daran das schlimme ist daran die dies veröffentlicht haben dessen halt immer die 31er sag ich halt mal und die da die dies dann im endeffekt hören den kannst du auch nicht verübeln ist einfach so wie gesagt ein lied ic rex dann fiji und one shot das sind so vier lieder die ich jetzt gehört habe ich kann das ganze jetzt auch nicht einblenden oder so wie gesagt leute da wird mir das video gesperrt eventuell gibt es dazu andere youtube videos oder whatsapp gruppen da könnt ihr das ganze dann hören ja was gibt es sonst noch zu sagen ich habe noch ein anderes gefunden da soll es noch ein anderes lied geben ich schau mal ganz kurz dort ganz kurz so jetzt hier bunte rex gib mir deine hand soll noch eins sein und ein lied das heißt unbekannt höchstwahrscheinlich weiß man da nicht wie das wie der track heißt ja wie gesagt das album wurde auf jeden fall geleakt ein zwei songs finde ich sogar echt geil echt gelungen in manchen songs hört mal seine ja seine 15 jährige stimme was soll man halt sagen ein zwei songs kommen mit auto tun schon echt geil mal schauen ob die auch so kommen werden man weiß ja nicht ja wie gesagt schreibt eure meinung zu ihm in die kommentare natürlich ist der 15 oder so dem sein stimmbruch wird erstmal noch kommen ist ein kind im endeffekt aber wie gesagt ich feiere ufo die zwei werden schon irgendwie zusammenpassen er sagt auch ganze ja 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 hört euch einfach die tracks an okay wer es nicht abwarten kann wer abwarten kann soll warten und ja ansonsten das war es eigentlich auch schon wie gesagt dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video peace